Heute wieder bei den Taunus Pfeil an Nittstein. Ein Morgenkurs. Es ist 9 Uhr. Da machen wir hier Boxsport und so einen Käse. Wir sind ja eigentlich schon nach dem Training. Aber wir zeigen es jetzt mal als gleich kurzes Intro. Und dann geht es los. Wir wählen uns nochmal. Oh, das ist jetzt normal. Das ist noch meine Letzte. Ach du mal. Entschuldigung. Warte mal. Habe ich da echt nichts drauf gemacht? Leck mich am Arsch! Das war ja eine Achtung! Die Achtung! Abonnieren Sie einen Ruhigen. Die Achtung! Abonnieren Sie einen Ruhigen. Die Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020